Musik Mein Name ist Reinhard Bütikofer, wir sind hier in meinem Büro in Straßburg im Europäischen Parlament. Ich bin deutscher, grüner Abgeordneter seit 2009, komme ursprünglich aus der Kurpfalz, lebe aber schon 15 Jahre in Berlin. Für mich sind digitale Rechte ganz zentral. Ich glaube, das ist eine der entscheidenden Auseinandersetzungen unserer Gegenwart, wenn es um die Definition dessen geht, was für uns in Zukunft Freiheit bedeutet. Man braucht digitale Rechte. Ich würde sagen, auf Englisch wird man es wahrscheinlich nennen, ein Kampf um eine digitale Bill of Rights. Weil wir ohne die Übersetzung der erkämpften Freiheiten und Rechte in die digitale Welt und ohne Grenzen zu setzen, zum Beispiel gegen diese massenhafte, unbegrenzte Überwachung, nicht mehr so frei sind, wie wir sein wollen, die Privatheit nicht mehr haben, die wir zur individuellen Würde unverbrüchlich dazu rechnen. Musik 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 Musik